um und dann machen wir uns mal auf den Weg ich glaube meine Rüstung Helm ist sie sind alle nicht verzaubert die Sachen um Stieb besser die schlechten ich brauche noch irgendetwas ich nehme auf jeden Fall noch Ersatzrüstung mit ich weiß jetzt nicht welches besser ist ich glaube das Diamond Dingsbums ist besser ich glaube das Diamond Dingsbums ist besser von keine Ahnung was töten weil ich hätte gern noch mein zumindest mein ach mein Helm auf Stufe 1 verzaubert jetzt brauche ich irgendwas wo ich xp herbekommen ach shit da hinten ist das Neto Portal ich glaube ich stecke irgendwas mal kurz in den Ofen habe ich hier noch was das sieht schlecht aus Kabel ich stecke jetzt einfach mal kurz so und bisschen Kabel da rein hoffe ich einfach mal dass wir da oder dass ich da dann genug xp bekomme Kaktus Kaktus wie baut man die bitte ah lol da geht das mit U ne halt ah jetzt will ich mal gucken wie viel Schutz wie viel Schutz die geben oh die geben ein ganzes weniger und tschüss aber ist lustig Kaktus Boots nicht schlecht ok ich hab Helm nochmal ich hab Schuhe nochmal mh dann bräuchte ich noch null ok bräuchte aber trotzdem nochmal einen nehm ich einfach den da ziehe jetzt den hier aus so ich nehme einfach mal alles mit ob ich denn meine was ich auch mitgeregt habe hier die goldene Feder da bekommt man keinen Fallschaden ähm hier ist meine Backpacks ah hier ist noch mein Sach schutz auf jeden Fall dann lasse ich das hier da und da war noch irgendein Schwert hm ich glaube ich nehme das damit so viel TNT so viel TNT Effizienz Behutsamkeit Spitzhockey Effizienz 2 sind die da eigentlich leer nein das ist große schon mal nicht leer 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 ok muss ich mal vielleicht ganz kurz das große ausräumen zumindest das grobe mal jetzt kriegt er das einfach mal mit wie ich hier so umräume das habe ich ja sonst ja glaub immer alles offline gemacht soweit ich mich erinnere so haben wir hier ne Holz haben wir nicht Essen haben wir haben wir haben wir Kaktus war da glaube ich auch drin das kommt da noch rein das kommt da ich glaube ich werde es auch in Zukunft immer offline machen denn ich weiß nicht so richtig interessant ist das jetzt ja hier nicht und ich sortiere nur ein wie gesagt ich mache wirklich gar nichts ich baue nicht irgendwie was weiter ich gehe nicht irgendwie farmen ich mache einfach bloß ich sortiere hier meine Backpacks aus und dann logge ich mich einfach aus so das sind Fäden was ist denn das da wo kommt das da rein äh grünzeug nähterzeug ach stimmt ich war ja glaub auch im nähter soweit ich mich erinnere war ich oder war ich im nähter ok jetzt bin ich überfordert ich weiß nicht mehr ob ich im nähter war oder nicht was mir auch noch interessiert wird was die Emeralds Shards denn überhaupt sind nämlich den Eisenbuspanzer das kommt nicht da rein sondern das kommt da rein mit dem da gut die XP Flaschen ähm das war da und das war da so einmal noch äh ja so 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 das sind alles Essenzen und für was die sind muss ich auch noch herausfinden ich weiß es nicht mh sonst nix wo kommt dieses Feuerzeug hin ah da rein ne 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 wahrscheinlich beim Handwerk hm Handwerk so dann habe ich Knochen goldene Karotte gut gut Leben das weiß ich das kommt nicht hier hin sondern das kommt hier hin Bücherregale Essenzen Essenzen in Grünzeug so dann haben wir nämlich den hier auch leer und ich nehme einfach noch eins zwei drei m ja so das muss reichen ja so jetzt holen wir uns hier noch die XP und dann gehe ich mal noch hier meinen Helm enchanten und es ist Nacht dann gehen wir kurz schlafen und dann gehen wir oder gehe ich zumindest jetzt dahin wo ich den Punkt gesetzt habe so gute Nacht habe ich alles schnarcht ah ist stark so hier war offen hier war auch offen perfekt und wir müssen jetzt in die Richtung ich glaube ich fliege da jetzt einfach mal mit meinem Electric Stuff rüber so Nun 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 wir haben ja Haltbarkeit drauf das müsste ja eigentlich gehen so und wenn wir dann unterwegs sind würde ich dann einfach gleicher mann bis das bix wort ausprobieren und wo habe ich nur mein markt gesetzt ach ja genau stimmt 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 hirschen hühnchen ist es ein bix wort sieht aus wie diamant macht sieben schaden ich glaube eher nicht so viel oder